Herzlich willkommen, Regen, auf der Rehenschool, auf Friesenmarsch, wir arbeiten weiter mit Feldnummer 14 Düngen mit Gärreste, nun setzt aktuell Regen ein, hatte ich gar nicht einen Plan gehabt, aber es ist eh noch nicht reif, von daher ist es im Grunde egal, jetzt eine kurze Überlegung, mal schauen wie lange der Regen dauern wird, ja, jetzt haben wir Uhrzeit, also von 18 Uhr bis morgen früh um 3 Uhr, damit es aber morgen früh um 6 Uhr noch nicht trocken sein, ja. Jetzt müssen wir die Zeit ein bisschen unterdrehen, aber jetzt haben wir im Grunde ein Problem mit der Zeit, dass wir im Prinzip, ja, wir können nichts tun, ne. Gas mähen, ist noch nicht reif genug und haben wir noch ein fertiges Gasfeld, 24 wäre noch eine Option, ne. Aber dann müssen wir uns hier verschulden, aber so haben wir nichts mehr, 23. Uhrzeit. Jetzt werden wir mal die BGH auffüllen. Alter, da fehlt mir nicht wieder was. Dann würden wir ja um 0 Uhr Geld bekommen, ja, die BGH würde uns Geld bringen. die andere BGH hat auch noch, äh, noch weniger Ballen wie hier, da könnte man ja den Rest, den man hier nicht, äh, verwendet, rüberfahren. Die, die zum Beispiel, ja, die ist nicht leer, die würde sofort immer 1.000 nehmen, also 10 Ballen, haha, Spezialböße. So, fahren wir zurück. So, fahren wir wieder auf. Fahren wir ein Stückchen zurück und ein bisschen nach rechts, also ran lenken im Prinzip. So, wenn wir nur wieder, gerade wären. Genau. So passt. Gehen wir an. So. Jetzt machen wir mal, ah, ist alles dran soweit. Die anderen Ball nehmen und rüberfahren zum anderen BGH. Wenn wir die ganze Nacht Regen haben, das heißt auf gut Deutsch, der andere ist fertig mit Dünger. Mit der Gärreste. Das ist gut. Wir fahren jetzt rüber, da liegen noch ein paar wenige Ballen rum, aber so können beide, äh, BGHs nach Nacht noch gut arbeiten. Und ein paar Mützen einbringen. Wenn ein Feld nämlich reif wäre, was nicht der Fall ist leider, könnten wir da sofort was machen. Vielleicht führen wir noch ein paar Missionen, ein paar Aufgaben für andere Bauern. Wir flügen, Dünger und so ein Zeug. Gehen wir mal wieder auf fünf runter, damit es extrem dunkel wird, aber dunkel wird eh bald. Ob sie hier auch die Uhr umstellen? Das ist hier aber auch. Zeitlich gesehene Stunde ist viel, gerade abends, ne? Aber ich glaube eher nicht, dass wir so eine Dinger werden sie nicht einarbeiten. Aber wie wird man sehen, dass wir irgendwie die Zeit tot schlagen und dann das Blödsinn nicht erden können. Bei Regen. Und da wollen wir halt mal Plan B einfallen lassen, also ganz vorsichtig. Die beiden liegen da so alleine rum. Nehmen wir gleich mit. Mehrwahlen sind hier gar nicht. Ne, da liegen nicht mehr. Die liegen außerhalb. Nur nicht mehr. So. Gut. Die kann jetzt gut auch noch Geld verdienen. Bis 0 Uhr. Oder halbwegs bis dahin. Drei Wahlen sind noch am Hof. Die holen wir auch gleich. Dann schauen wir mal wie wir die Zeit über die Runden kriegen. Also. Woops. Ja. ja da ist ja fps naja gerade so noch könnte am regen liegen weiß ich aber nicht genau wir wollten hier die produktion wieder aufbauen silage und mischfutter aber das schaffen wohl nicht mehr aber es wurde nicht mehr gebraucht hat man so das ist vielleicht mehr als genug wir wollen um den anderen kümmern gleich wir sind fertig geworden klappt mal zusammen den fahrer runter vom acker kurzer blick wo wir gerade sind nach der ecke wir wollen gleich darum kümmern dass wir den stimmelstuhl nummer drei ausgesicht bekommen dazu nehmen wir den anderen fahrer beziehungsweise kutscher aussteigen mensch junge was hat los geht gelegt hier geht leicht ja dürfte reichen kein kurs geladen so nehmen wir hier düngen düngen fahrt nummer 14 30 meter ersten wegfund und kannst alle arbeiten so gepflanzt gedüngt im wachstum 83% 50% vorträglichkeit das passt lohnzahlung so lkw bist du nichts zurücksetzen da war doch was auf zum hof äh bigger sind zwar nur drei wallen aber immerhin ne sieht wenig aus ist aber vier 30.000 liter ding 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 dong so hat es extrem dunkel das licht liegt auch weiter regen oh da muss starker regen sein also die scheife soll so stark gehen gerade gestern auch regen gehabt zu gast auf dem marsch so da sind wir hier damit der rubel noch rollt heute hier aber der filter klappt ne mein bildnis hier so ja fahren wir zurück dann kann die vegane dann kann die vegane ein bisschen Geld verdienen über Nacht das Nullohr kriegen ein bisschen mehr Wiesen sollte ganz ganz gut ausfallen vielleicht können wir noch eine Wiese kaufen ohne extra verschulden aber den deckt man mal aufgerissen andere Wiese auch soweit und die Bremse je einfacher war es hier die 18 könnte man noch kaufen aber dann sind meine ganzen Fahrzeuge soweit weg zum mähen so so ist der Hänger zu lang beziehungsweise wir haben zu falsch eingeschlagen so den fahren wir zurück zum ruf und stell den mal weg so jetzt haben wir dunkel jetzt können wir den zeitwesen beschleunigen auf 120 sehen wir nix oder extrem wenig sagen wir mal so das steht der Lkw für Wasser natürlich stehen die anderen 3 2 2 das stelle ich dazu und zwar in der zweiten Reihe wir haben eine kühne Wasser geben Mission fangen wir jetzt nicht mal an nachts dann holen wir das an wir werden sehen so oder Lohnzahlung ja aber so schnell fahren muss auch sein weil hier haben wir ja richtig Licht geschluckt ohne Ende hier hat er der Stall auch nicht mal Licht gehabt oder ist er bei OBGH haben wir einen Namen gehabt doch fast 900.000 dort ist gut ein richtiger Blimpflug hier ne also ich sehe nichts da ist die Wand da können wir was abkippen das klappt wunderbar mit der dritten stufe dann können wir nach dem Gras mähen im Wachstum jetzt kommt eine Wachstumstufe durch und warum wächst das Gras nicht das Steak aber auch nicht morgen noch mal warten hier wächst das Steak aber auch nicht hier wächst das Steak aber auch nicht aber unser Gras ist ein bisschen gewachsen wo ist 18 drin 8 ist auch reif 18 ist auch Gras drin überlegen wir noch wahrscheinlich werde ich es machen so liebe Zuschauer das soll es heute gewesen sein mit der Versorgung der Kühe mit Wasser dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke Ciao Ciao vielleicht sehen wir uns morgen wieder vielleicht ein bisschen heller Tschüssi